Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 und dem Sony-Styles Gaming am Stissel natürlich heute mit Webcam und ja... Zockerabend geht natürlich. Ja natürlich, lieber MH und zwar was ihr jetzt da oben seht, was das heißt, das ZRM ist, das heißt Zockerabend mit Sony. Äh, ja natürlich wird dieses Video zweierlei Channels natürlich sein, wegen Strike, aber das ist jetzt nicht das Thema. Wir spielen jetzt am TDM, natürlich, ähm, auf beiden Kanälen, wenn ich es hochlade, einmal auf meinem 145-Abo-Kanal. 15 Minuten, leider, ich würde ja mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Und auf dem anderen ist die volle Länge natürlich live. Und natürlich bei mir zu sehen. Und ja, wir suchen einfach mal, ich hasse es jetzt gerade dermaßen, mich selber hier vom Laptop zu sehen. Ähm, Team Deathmatch, spielen wir. Ja, auf, leg los, Kollege, ich will suche. Ah ja, er sucht ja schon. Ja, natürlich. Ach, er sucht schon. Ah ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach, mach Slums, Alter, mach Slums. Okay, Slumsy. Ah, erstmal alle stumm schalten. Oh, Alter, alter stumm. Bierdeckel-Klaus, geil, Alter, Bierdeckel-Klaus. Das seht, da seht ihr wieder die Leute hier, hier, eins, zwei, drei, fast vier Prestige-Glitscher hier. Oh, Alter, scheiß Cola. Oh, je. Oh, verbleibende Zeit. Oh, Zufall ist die Map, wo alle wählen oder was? Geil. Ja, ich muss das wieder so zusammenschnitten, dass es genau mit Facecam passt. Schnippeln? Ja. Das schneide ich nicht. Das Problem, das Problem wird einmal, einmal ein Part in Viertelstunde zu machen und ein Part komplett. Ach Gott, guck mal, da kommt der Avantgarde. Ach, das Avantgarde? Ja. Ah, egal. Muss Gott hier. Ja, Mann, jetzt hängt dieses Dreckskontroll, Alter, PO2, so schlecht, da siehst du, wie es hängt. Ah, die schreiben hier gerade, dass wir Zockerarten machen, aber Playstation braucht wieder lange zum Laden. So, Spiel beginnt in 5. Ich spiele mit der SWAT 5, 6, 6. Weiß ich so? Weiß ich. Weswegen? Haha, super. So, ich nehme natürlich die, ja, die Vita-Klasse. Drohne, Hellstorm, Blitzschlag habe ich am Stüttel. So. Das scheiße ist, dass man kein Gamer-Hit-Z hat. Äh, wo sind die Gegner zu, Alter? Na, hier. Ah, ich habe schon einen gesehen. Mh, Mann! Oh, ja, genau. Ich wollte wieder abgecampt. Ja, liebe Leute, fragt euch nicht, warum ich hier im Moment nicht großartig, äh, mehr PO2-Zock, warum? Weil ich einfach keinen Bock mehr habe auf dieses Spiel. Geil, geil! Du schluckst so viel, Mann. Trau mich gar nicht, um die Ecken zu laufen. Weil mein Sound so dermaßen verzögert ist. Ja, ich bin gesnipet, ey. Ich bin der Einzige, der gesnipet wird, ne? Meine Fratze, Alter. Oh Gott, bin ich schlecht, ey. Ey, ich kriege gar nichts mehr hin, ey. Einzige fünf guckt euch an, wie schlecht ich bin, ey. Alter, wie du schreisch. Wer ist? Ja. Okay. Feinde ausgeschaltet! Wenn ihr hier läuft, oder? Bam, Alter. Swat ist auf der Distanz geil, Alter. Machst du nicht. Ah, guck mal, wie der Weg sprintet. Alter. Meine Konsole ruckelt um die Gegend. Achtung, hinter die... Ah, was mach ich denn? Ich wurde wieder, echt, wieder von einer Power-Waffe getötet, ey. Ich hasse es. Ja, wie viel? Alter, überhol, komm. Jetzt willst du nicht überholen. Das ist ein Double. Ich habe gleich eine Drohne, weil wenn ich jetzt sterbe, Alter, ich glaube, es ist vorbei heute. Mein A ist... Mein Aim ist wieder für den Arsch. Alter, ich... Mein Aim ist so für den Arsch. Wahnsinn. Ich bin so schlecht gerade. Ey, der war doch gerade irgendwo ein Gegner, ey. Ah. Ich habe ihn gesehen. Lol. Alter. Ich habe noch so mit dem letzten Schuss bekommen. Nein, ich habe die Drohne erreicht und dann... Boah. Ich schaue die Drohne raus. Die Drohne nähert sich. LoL. Epischer... Epischer Kill. Wie die Schreie, ey. Überhaupt nicht übertrieben. Achso, äh... Ja, ich wurde wieder gekillt von hinten. So wie immer. Das Übliche bei COD. Ähm... Achso, wenn ihr fragt, äh... Weshalb, äh... Ja, kann ich nur 15 Minuten hochladen und nicht näher? Ja, liebe Leute, ihr habt schon... Bei jedem Video schon gehört, wegen dem Strike, dass ich anscheinend irgendwas verletzt hätte. Ist mir eigentlich auch jetzt scheißegal, aber es kotzt mich einfach nur an. Das heißt, in sechs Monaten kann ich leider euch nur 15 Minuten Let's Plays zeigen, liebe Leute. Tut mir ja leid, aber was soll ich machen? Man kann nix machen, Tobi. Hey, war doch irgendwo ein Gegner. Hey, du, der kriegt mich auch noch. Zu episch, oder? Guck dich das an, Alter. Ich war kurz vor der Drohne, Mann. Ey, die kämpfen hart, die gibt mir zwischendurch, das Gefühl. Was willst du auch hoffen? Das COD? Bei dir wird da... Ja. Ich kann jetzt leider nichts spressen. Aber gerade, wenn du dieses Video siehst, ganz einfach, weil ich jetzt gerade nicht mit Gamer Headset spiele, das liegt hier vor meiner Nase, Hi, Mike. Ich hab gedacht, du wärst ein Gegner, Alter. Klar. Dann wäre es rot angezeigt. Oh, Mann. Nein! Oh, da ist die Runde vorbei, ey. Da ist die Runde vorbei. Das ist doch so ein Kämpfer-Team, Mann. Gute Arbeit, doch. Bereit halten für weitere Befehle. Genau, Bro, ne? Prestigy. Epischer Abflug. Na ja, 1, 5, 7. Geht so, von der Quote her. Tiss, 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 tiss. Kommt nur vom Avantgarde. So, Level 44 bin ich gleich. Läuft. Also, das macht Zufall. Keine Ahnung, was der macht. Hat nur gesagt, er nimmt drauf, also von daher. Ich hab 15 Tokens, ne? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, äh, tut mir leid, Avantgarde, wenn du... Guck mal hier, gleich wieder hier, Hardcourt-Campen. Alter. Das Handy vom Avantgarde hört man nicht, nicht leise. Richtig. Leike Vibrator, Alter. Der redet über dies. Wer? Jacket, oder was? Ja. Ich hab nur gehört von Avantgarde, irgendwas von wegen, ähm, äh, MH, irgendwie was noch. Mehr hab ich nicht verstanden. Aha. Aber okay. Spiel startet gleich, oh yeah. Alter, was ist denn mit der Mettel? Pff. Ey, ohne Witz, Leute. Ich, ich hab... Ach, die sind alle da bei dich. Ach, Mann. Geil. Oh Gott. Ja, komm, der macht Trippel mit Trippelista, ist klar. Ja, ich werde... Ja, geil, ich werde sofort... Geil, ey. Ich hab mich noch mit der Mettel auf. Gespawnedrapped, Mann. Support. Geil, ey, Mann. 0 zu 3, ey, schon wieder. Alter, ja, Schockladung hier. Ey. Alter, danke. Ja, genau, genau. Du bist schneller wie ich, Mann. Fernlenkladung unterwegs. Ja, ey, klar, weißt du. Geil, geil. Ah. Ja, das ist das Lash ist schon wieder schwer am Handballkämpfen, genug vor. Verbündete Vorräte unter dem Inglischof. Ey, wie wir an unserem Spawnkämpf... Oh, ho, 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 ho. Den haben wir nicht mehr gemacht, ey. Ey, komm. Ey, ich hab jetzt schon wieder so einen Bock. Ja, ich hab ein 20er-Code. Ey, ich werd gespawned und schon wieder weggecampt, Mann. Was, 20er-Code? Nein, ist 0,20. So. Genau. Ja, warum latschst du nach... Nach einem Schuss ladet der nach, Alter. Was ist denn das? Das hab ich jetzt noch nie gesehen. Ey, komm, ich nehm jetzt meine, wo ich hier mein MP7, ey. Ey, ich hau dir voll die Pumpe ins Gesicht, Mann. Und du triffst nix, äh, ich... Ja, du schaust mich nicht. Du triffst nicht Platz, Mann. Der Tank ist der doch. Hab geschossen. Herr der Harnung, wir dachten, wir haben den Namen dann nochmal angekauft und dann hat irgendwas mit dem Buchstaben gekauft. Ja, genau. Der schießt einfach auf der Maschschwand. Ey, Alter. Der weiß genau, dass ich da bin, ich krieg auf die Fresse. Ey. Ich schieß mit der Pumpe nur genau auf deinen Körper. So. Ey, wie viel schluckst du, Mann? Weißt du was? Jetzt reicht's mir. Ja, genau, er gibt hier einen Headshot, Headshot for the win, Alter. Ey, ich bin auch jetzt, ey. Ey, das ist nicht dein Ernst, verdammt, oder? Ey, immer derselbe, Alter. Ey, warum ladet der nach, Alter? Er ladet nach einem einzigen Schuss nach, Alter. Ist doch, was ist das? Ey, da sieht man wieder, komm, verpist dich hier vom Spawn. Ja, genau, genau, geil. Ey, ihm spielt immer der selbe, Mann. Ja, Alter, wie viel in der TP schluckst. Ich geb dir massive Headshots, Mann. Du bist durch das Hand. Er ist einfach besser, wie ich mit der AN-94. Er ist es einfach. Verbindeter Todbringer läuft warm. Ich geh mal da einen Headshot raus, Mann. 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 Mann.